Hallo zusammen, das ist Stefanie, ich bin Felix, wir sind ein Duo, das heisst Papercut. Wir machen Songs zwischen Jazz und Pop und das seit knapp 1,5 Jahren. Wir sind hier in der Roten Fabrik, leider verregnet heute. Es gibt einen Grund, wieso wir hier sind. Genau, wir haben nämlich gerade kürzlich unseren ersten Videoclip herausgebracht. Und einen Teil des Videoclips durften wir hier in der Roten Fabrik drehen. Für uns war das wirklich der ideale Drehort für unseren Clip. Der Song, den wir gemacht haben, heisst «The Escapists». Es geht darum, um Flucht, von sich selber, vom Alltag, von Sachen, die man manchmal gar nicht genau weiss, von was man flüchtet. Und die Rote Fabrik war für uns die ideale Location. An der einen Seite ist es einfach mal wunderschön hier. Es ist gerade am See. Und der See strahlt auch wirklich eine gewisse Ruhe aus. Also ein Zufluchtsort in diesem Sinne. Und andererseits ist es aber auch immer sehr belebt hier. Es ist ein Austausch zwischen den Menschen. Es ist eine kulturelle Plattform. Und darum auch ein urbaner Zufluchtsort. Und auch diese Vielfältigkeit gefällt uns sehr. Und darum war die Rote Fabrik wirklich der ideale Drehort für unseren Videoclip. Wir kommen auch immer sehr gerne privat hierher. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir nächstens wieder etwas in der Roten Fabrik machen könnten. Genau. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020